So, ihr Pfeifene, willkommen zum Recrept. Trump verwechselt Biden mit Obama. Bravo, jetzt hat der andere Tatenkreis also auch noch gedächtlich gefunden. Viel Spass im Herbst bei der Demenzolympiade. Ein St. Galler Buff-Besitzer hat bei einer Polizeikontrolle versucht, Polizisten mit einem Gratisfick zu bestechen, aber die Polizei hat keinen Ficken. Das heisst ja auch ein Blaulichtmilieu. Auch keinen Sex haben Hayley und Justin Bieber. Offenbar ist es so schlimm. Der Vater von Hayley ruft sogar zum Gebet auf. Hallo, Vater. Halleluja, du. Und auch kein Verkehr hat es auf den ASG. Der Hund hat die ganze Autobahn langgelegt. Die Klimaaktivisten werden immer diverser. Die Abstimmungen waren auch noch. Die AV-Renten finden wir geil. Höchers Rentenalter, nein. Jetzt müssen wir einfach noch fast 5 Milliarden auftreiben. Kein Problem. Es klappt bei der Armee und der CSI auch bestens. Und Hazel Brugger ist hoch im Kurs bei den Fussfetischisten. Sie wurde nach Fussfötchen gefragt. Ja, und wenn du sie nicht willst, dann fragst du halt die Alte von Federn. Die hat die Jeans noch schöne.